Bis zum heutigen Tag ist es bei mir so, dass ich gefühlt lieber 2 Zahlen addiere als sie zu subtrahieren. Keine Ahnung warum das so ist, aber ich brauche halt echt länger bei der Subtraktion dieser Zahlen als bei der Addition. Vielleicht ist das bei dir auch so und daher macht es nur Sinn, dass wir uns über die vektorielle Subtraktion heute noch mal ein paar Gedanken machen. Dazu versuche ich erneut die vektorielle Subtraktion nicht als eine hier so geht das nun mal Operation einzuführen. Vielmehr werden wir der geometrischen Interpretation folgen und daraus abschließend die rechnerischen Aspekte ableiten. Bereits im Video zur Addition von Vektoren war es eine äußerst hervorragende Idee sich zunächst zu überlegen, wie die Addition eigentlich an der Zahlengrade erklärt werden kann. Dasselbe wollen wir auch für die Subtraktion machen, wobei erneut jede Zahl durch einen Pfeil repräsentiert wird. Den gelben Pfeil ans Ende des roten? Das wäre nicht richtig, das wäre die vektorielle Addition aus Episode 1. Die grundlegende Idee der Subtraktion war es doch aber schon immer, dass man in gewisser Weise doch addieren kann, in gewisser Weise doch irgendetwas hinten ran drehen kann. Nur nicht die Zahl selbst, sondern dessen Gegenzahl. 4 minus 1 ist dasselbe wie 4 plus minus 1. Indem man also vom Subtrahenten die Gegenzahl bildet, was hier einfach einem Pfeil gleicher Länge aber in entgegengesetzter Richtung entspricht und diesen dann ans Ende des ersten Vektors hängt. Genau das, das erzeugt die Subtraktion. Subtraktion ist also seit jeher eine Addition der Gegenzahl. Deswegen sagt man ja auch immer, dass man auf der Zahlengeraden von der 51 17 Schritte nach links gehen muss. Und es ist nur mehr als logisch, sich bei der Subtraktion von Vektoren nichts Neues auszudenken und diese ganz analog zu definieren. Subtraktion zweier Vektoren entspricht demnach also der Addition des … na klar, des Gegenvektors. Vektor a minus Vektor b ist dasselbe wie Vektor a plus den Gegenvektor von b. Ey und nur damit wir uns richtig verstehen. Diese 17 Schritte nach links, die Addition des Gegenvektors, das ist natürlich nur ein geometrisches Tool. Die Art und Weise, wie du Vektoren geometrisch subtrahierst. Rein rechnerisch wirst du wie bei den reellen Zahlen oben einfach Koordinaten subtrahieren. Dazu aber am Ende mehr. Gehen wir also direkt rein in das erste geometrische Beispiel und schnappen uns die Vektoren minus 1 und 2 sowie 4 und 1. Für dessen Summe müsste man wie gesagt den zweiten Vektor b in gelb ans Ende von Vektor a in rot verschieben, was dich hier auf den Vektor 3 3 führen sollte. Bei der Subtraktion hingegen, da fügt man nicht den Vektor b, sondern seinen Gegenvektor minus b hinzu. Also jenen Vektor, der in genau entgegengesetzte Richtung zeigt. Statt also vom Ende des Vektors a vier Schritte nach rechts und einen nach oben zu gehen, gehst du vier Schritte nach links und einen nach unten. Der Vektor vom Start bis zum Endpunkt, das ist der Differenzvektor a minus b, hier mit den Koordinaten minus 5 und 1. In der dritten Dimension funktioniert das ganz genau so. Der Gegenvektor wird addiert, also der Gegenvektor ans Ende des ersten gesetzt. Ausgehend vom Startpunkt bildet sich so der zugehörige Differenzvektor. Wie ich aber bereits sagte, das ist die rein geometrische Interpretation der Subtraktion. Für den rechnerischen Teil darfst du einfach so subtrahieren, wie du es hoffentlich intuitiv auch machen würdest. Wenn bei der Addition in jeder Komponente addiert wird, dann wird bei der Subtraktion natürlich auch in jeder Komponente subtrahiert. Hier wären das also einmal minus 1 minus 4 in der x-Komponente und einmal 2 minus 1 in der y-Komponente. Für dreidimensionale Vektoren kommt nur noch die Rechnung in der z-Komponente hinzu. Schon recht früh hast du gelernt, dass die Subtraktion die Umkehr, die Gegenoperation zur Addition ist. Eine Tatsache, die sich bei den Vektoren mit dem Gegenvektor eindrucksvoll wiederholt. Das letzte Bild, das ich dir mit diesem Video noch auf den Weg geben möchte, ist die sogenannte Parallelogrammregel. Bei der vektoriellen Addition entspricht der Summenvektor der Diagonale des von den Vektoren a und b aufgespannten Parallelogramms. Der Summenvektor beginnt beim Vektor a und endet schließlich beim Vektor b. Bei der Differenz hingegen ist es genau andersherum. Der Differenzvektor beginnt am Ende von Vektor b und endet am Ende von Vektor a. Damit bildet er in gewisser Weise die zweite Diagonale des von den Vektoren a und b aufgespannten Parallelogramms. Kinesis in den Vektorien. Kinesis in den Vektorien. Kinesis in den Vektorien.